Lindt Werksverkauf in Aachen Offiziell Lindt und Sprüngli ist ein Schweizer Schokoladenhersteller. Es ist zwar eine Schweizer Marke, aber das Werk befindet sich in Aachen. Diese amerikanische Marke ist auch ein Teil der Lindt und Sprüngli. Wenn man Schokoladen mag und nach Aachen kommt, ist das Lindtwerk ein Muss. Als ich noch nicht in Deutschland gelebt habe, habe ich hier viel Schokolade als Souvenir gekauft. Letztes Mal haben wir vielleicht mehr als 5 Kilogramm Schokolade nach Korea mitgebracht. Wenn man noch mehr Zeit hat, könnte man auch kurz nach Bonn fahren, um im Haribo alle zu hamsten. Da waren wir schon mal und haben auch eine Menge Jellies gekauft. Im Werk wird gut kontrolliert, um Abstand zu halten und um jeden zu desinfizieren. Diesmal haben wir einfach wenig Schokoladen gekauft. Wie nur ich so, dass ich kein Schokolädchen oder sogar kein Eis will, je heißer es wird. Hm, künstlerische Verpackung. Pistazien. Da ist nämlich noch ein letzter Blick auf das Werk. Umb últimul shoots wiederum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pass Elsie. Bis zum nächsten Mal.